Filme der 90er. Ist heute dein Geburtsjahr am Start? Heute schreiben wir das Jahr 1990 und ich möchte euch aus diesem Jahr fünf Klassiker vorstellen, die jeder gesehen haben muss. Zum Schluss gibt es noch einen deutschen Film und einen Geheimtipp. Schaut also unbedingt bis zum Schluss. Edward mit den Scherenhänden. Einer der ersten großen Filme von Tim Burton mit einem noch sehr jungen Johnny Depp in der Hauptrolle. Für Burton typisch handelt es sich hierbei um ein optisch sehr düsteres Märchen, in dem die Rollen von Gut und Böse zunächst sehr offensichtlich scheinen. Doch unter der Fassade entsteht ein spannendes und gut geschriebenes Drehbuch, das sehr gesellschaftskritisch ist und fast schon eine Abrechnung mit der gut situierten amerikanischen Kleinstadtromantik darstellt. Der Film zeigt nämlich sehr gut, dass Monster nicht immer optisch erkennbar sind, sondern sich oft im Inneren verbergen. Ein ganz, ganz toller Film, der immer noch topaktuell ist und geschaut und wieder geschaut werden sollte. Kevin Alleyne zu Haus. Dieser Film machte aus Macaulay Culkin einen Kinderstar mit weitreichenden Folgen. Doch bleiben wir heute beim Film selbst. Auf keiner Weihnachts-Watchlist darf dieser Film fehlen. Dies liegt vor allem daran, dass es dieser Film sehr gut schafft, Weihnachtsgefühle, Familienprobleme, Kindheitsängste und Träume, sowie lustige, aber auch emotionale Momente unter einen Hut zu bringen. Ein Film, den ich mir immer wieder gerne alle paar Jahre in den kalten Monaten unter eine Decke gekuschelt mit einem Tee oder Glühwein in der Hand einwerfe. Und ich denke, damit bin ich sicher nicht allein. Turtles. 1990 war auch das Jahr, in dem der erste Turtles-Realfilm in die Kinos kam. Aus heutiger Sicht kommen einem die Szenen fast ein bisschen trashig vor. Wenn man jedoch bedenkt, dass hier ohne visuelle Effekte und nur mit Masken und Kostümen gearbeitet wurde, dann sehen die Teenager-Reptilien gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem für die damalige Zeit. Zudem hat der Film den Stil und Humor der Comics- und Animationsserien sehr gut getroffen. Für viele Turtles-Fans gilt er deshalb bis heute als der beste Turtles-Realfilm. Der mit dem Wolf tanzt. Ein epochales Western-Drama in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. In diesem Film begleiten wir einen Nordstaaten-Offizier, der genug vom Krieg hat und sich weit in den noch fast unberührten Westen versetzen lässt. Dort lernt er die Natur, die Kultur eines Stammes der Native Americans und auch die Liebe kennen und findet einen neuen Sinn in seinem Leben. Kevin Kostner hat hier die Regie und auch die Hauptrolle übernommen. Er nimmt uns mit auf eine Reise, die uns zeigt, wie schön das Leben abseits der modernen Welt und des Krieges sein kann und was wir von vermeintlich unterentwickelten Volksstämmen lernen können. Dieser Film bietet zudem den Grundstock für viele nachfolgende Filme, wie zum Beispiel Pocahontas oder Avatar. Goodfellas, ein preisgekröntes Mafia-Drama von Martin Scorsese mit grandioser Besetzung unter anderem mit Ray Lothar, Robert De Niro und Joe Pesci. Wer auf Mafia- und Gangsterfilme steht, kommt natürlich um diesen Film nicht herum. Vorlage war hier ein Roman, der sich wiederum an realen Ereignissen orientiert hat. Der Film bietet eine toll geschriebene Story, interessante Charaktere, eine wunderbare Inszenierung sowie grandioses Schauspiel. Was will man noch mehr? Wenn euch meine Auswahl bis hierhin gefallen hat, vergesst mir nicht, einen Like da zu lassen und zu abonnieren. Und jetzt kommen wir zu meinen zwei Geheimtipps. Kommen wir nun zu meinem deutschen Film von 1990 und ich entscheide mich in diesem Jahr für Werner Beinhardt. Ein deutscher Klassiker rund um die Comics von Röttger Feldmann, Spitzname Brösel, der auch im Film zu sehen ist und eine der Hauptrollen spielt. Im Prinzip ist das Ganze eine Sammlung von Kurzgeschichten um die Sorgen und Nöte der einfachen Arbeitergesellschaft. Das Ganze natürlich grob überspitzt und nett eingekleidet in norddeutschen Akzent. Allein das Fußballspiel auf dem Marktplatz ganz zu Beginn ist legendär und wer hier nicht lachen muss, hat meiner Meinung nach keinen Humor. Und nun wie versprochen kommen wir zu meinem Geheimtipp. Flatliners. Den Namen des Films habt ihr vielleicht schon mal gehört, vor allem weil es 2017 einen Remake davon gab. Im Cast des Originals finden wir Julia Roberts, Kiefer Sutherland oder auch Kevin Bacon. Im Film spielen sie drei der insgesamt fünf ehrgeizigen Medizinstudenten, die in dieser Geschichte versuchen, dem Geheimnis des Todes auf die Schliche zu kommen. Dafür lassen sie sich mit modernen Geräten in den klinischen Tod versetzen und nach einer gewissen Minutenzahl reanimieren. Das Experiment gelingt, jedoch mit fatalen Folgen. Eingepackt wird das Ganze in eine düstere Film- und Soundkulisse mit spannenden Horrorelementen. Eine interessante Filmedee rund um Theorien zum Tod, dem Leben danach und Traumata. Was sind eure liebsten Filme aus den 90ern? Und hat euch mein Geheimtipp neugierig gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Um keins meiner Videos mehr zu verpassen, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.